Hast du Discord? Uh, jetzt wird's interessant. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich schreib mal ein paar zu. Hab aber nicht lange Zeit. Muss bald weg. Bock zu quatschen? Bisschen. So, ich hab jetzt 54 Leitern. Ich hoffe, das dürfte reichen. Ey, wir sind schon 24. Er legt das? Ja. Ja, ja, minimal Ö 10C. Du hast 10T genommen? Ich hab hier gar nichts genommen. Wieso 10 mal 10C? Ich kann mich nicht bewegen, es legt. Ja. Ja, meine items sind weg. Ja, meine auch. Ähm. Und zwar bedrehe ich jetzt mal einen Server. Und zwar heißt der Mainhausen von Pandraman. Ich bin gespannt. Und der ist sogar online. Soll ich den mal schreiben? Ähm. Ähm. Er schreibt, ähm. Aua. Ich schreib mal. Ups, schreibt da. Cooler Skin. Überhaupt nicht das, was er eigentlich hören möchte. Er möchte wahrscheinlich hören, wie ich hierher komme oder so. Woher ich die IP hab. Ähm. Ja. Ich hab keine Ahnung, was er machen wollte. Auf jeden Fall müsste er jetzt erstmal geschockt sein. So von wegen, äh. Was macht der denn hier? Äh. Du auch. Danke. Und ich muss mal kurz automatisch springen ausmachen. So. Ok. Game Mode 1. Geht nicht. Ich? Gerne. Hab nicht. Was? Also bannst du mich? Fragezeichen. Das ist doch. Dein Server. Oh. Ich hab ein Server geschrieben. Ups. Das ist doch dein Server. Ja. Oh lol. Er hat mich. Er hat mich. What? Oha. Oha. Nice. Kann ich auf jeden Fall auch mal fliegen. Krass. Hi. Ähm. Wo ist Minecraft? Da ist Minecraft. Okay. Also. Ich bin gerade auf den Server gecheckt. und da war so ein Typ online. Oh. Der ist sogar deaf. Hi. Was geht? Also er wundert sich schon mal nicht, dass ich hier auf dem Server bin. Ihr bist du auf den Server hier gekommen. Hab ne alte IP gefunden. Und du? Fragezeichen. Ich mein er ist ja deaf. Also kann er theoretisch alles machen. Lol. Okay. Schreib da. Okay. Ich hab den Server gemietet. Ja. Habe ich bemerkt. Was haben wir hier? Eine Nähterkarte. Hm. Eine Nähterkarte. Was? Er gibt mir. Er gibt mir. Er gibt mir Rüstungen. Was? Oh. 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 Danke. Hast du Discord? Uh. Jetzt wird's interessant. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich schreibe mir bald zu, hab aber nicht lange Zeit, muss bald weg. Bock zu quatschen? Bissle. Okay, ich geh rein. Hallo. Hi. Ich war gerade eben ein bisschen verwundert als ich so, hä? Hä? Leut? Wieder irgendwas neues hier drauf? Das war meine Hoffnung, ja. Das ist das einzige was ein bisschen seltsam ist von minehub, dass irgendwie die alten IPs immer noch so weiterverwendet werden dann. Ja, das finde ich eigentlich echt irgendwie merkwürdig. Ich habe jetzt nämlich in meiner Server, das ist so 5, 6 alte IPs, die halt immer wieder aktiv sind. Äh, ich habe auch noch zwei Stück oder so hier drinnen. Die eine ist irgendwie auf einer 1.8 Version, die andere auch auf einer 1.12. Und irgendwie, ja. Ahja. Ich sammle die nämlich und versuche dann immer so ein paar Videos zuzumachen bezüglich Server-Owner-Trollen. Ja, okay. Ähm. Ist es für dich okay, wenn ich das ins Video überpacke? Ja, mach ruhig. Okay. Ich war dann natürlich auch ein bisschen verwundert, dass du mir einfach so ein paar Sachen gegeben hast gerade, weißt du? Und eigentlich normalerweise die Reaktion ist, ich komme drauf und werde gebannt. Ja, sagen wir es so, ich bin immer noch, also auf den Server her jetzt denke ich mir so, ja komm, fuck off, so. Da es für mich halt so ein kleiner Server ist. Ich bin ja seit anderthalb Jahren nur so dabei mit ein paar Leuten einen etwas größeren Server aufzuziehen. Mhm. Und da ist, da ist halt schon deutlich mehr Schutz gearbeitet. Mit Whitelist und alles drum und dran, was so geht. Ja. Hier an deinem Dings ist ja auch überhaupt nichts drauf, weißt du? Also ich bin gespannt und konnte im ersten Haus theoretisch alles looten, so. Ja, ich war, ja. Also ich war immer mal am überlegen, ob ich nochmal eine Whitelist einfüge, so. Aber ich dachte mir immer so, hm, ja komm, ich weiß nicht. Irgendwie, hier ist nicht viel. Ich muss halt nur einmal am Tag oder zweimal am Tag halt einfach nur ein Sicherheits-Backup ziehen und fertig. Ja, stimmt. Da halt hier nicht so viel ist. So Leute, da bin ich wieder eine Stunde später. Die beiden sind anscheinend immer noch online. Ich geh jetzt einfach mal drauf und gucken. Und hier ist auch der Typ. Hi. Hi. Jetzt auch Sun Nuggets online, okay. Jetzt auch Sun Nuggets online, okay. Ist für die ganz normal, dass sie das irgendwie, ähm, ja wenn mal so ein paar Spieler drauf kommen, oder. So, dann machen wir jetzt hier. Hi. Hi. Ich bin Astrum. Ein, 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 ich denke mal, cooler Dude. Der, der sich gerne andere Server anschaut. Punkt. Ich werde, wenn der Server fertig ist, wiederkommen und ein schönes GS bauen. Danke an die coolen Owner für die Freundlichkeit und gutes Gelingen. Dein Aufbau. Viele Grüße, Grüße, Astro Army, auch auf YouTube. Mal gucken, was sie dazu sagen werden. Ich schicke mir noch ein Smiley in den Chat. Ist das doof? Erstmal nach Eigenwerbung. Er hat jetzt ernsthaft gefragt, wie alt ich bin. Ja, moin. Wie er gleich zu seinem Kollegen rennt und guckt. Wir haben da so einen komischen Typ drauf, der ist 18 Jahre alt und mein, der ist YouTuber, hä? Oh, ja. Ich liebe es. Oh, ja. David. Ich bin jetzt schon gleich. Ich bin jetzt ein Bうん. Sich da haben masc 실ge. Er hat jetzt mit Serien 13 bis 16 Abos gerechnet, aber GG. Ähm, Lul. Komm, da stehen überall Kistenbände zuhause, ich hab da schon voll viel aufgebaut, da kannst du dir einfach lang klatschen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's wieder. Alter, wie geht's so was? Ich mach jetzt, ob jetzt soll ich, ja, ich mach mal Desktop-Audio und so. Eure Rück, das sind ja nicht normal, man. Ist es auch nicht so, Aufnahme starten, viel Spaß. So, ich hab ein wenig wieder in die Tiefe gebuddelt, ne? Vor allem, wie macht ihr das, dass es auf einmal so viele auf einmal am Boden geht? Ja, wir graben uns in die Tiefe und dann graben wir so lange, bis sie sich automatisch ab... Perfekt. So, ich hab's überall oben Kisten platziert. Okay, da funktioniert's nicht mehr. Aber du, du kriegst auch so lange noch. Ja. Irgendwie dieses... Oh, jetzt, 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 oh mein Gott, ich hab's noch Aufnahme, jetzt kommt's. Ach du Scheiß, Achtung, wow. Äh, lol. Wo ist eigentlich die ganzen Items, habt ihr die aufgesammelt? Ja. Die kommen halt da runter, ich baue mal Leitern. Oder, die Sache ist halt, ich hab' Aufnahme an. Also, ich stell' mich einfach mal hier hin und schau' ich zu, das ist... Ach so Scheiße. Alter Leute, was macht ihr von Quatsch? Wir bauen mein Keller in 10 Minuten aus, also für normale Menschen, die mehrere Stunden brauchen. Ich geil, wir sind's nur so, wie bei Games gehen würde. Wow! Ähm, Leg? Jo, und da war's wieder. Uff. Das ist nicht normal, Alter. So, ich steh' jetzt im F1 auf der Kante und nehm' das wundervoll auf. Wenn gleich ein Creeper kommt, bin ich tot, aber doch mega, abgesehen. Alter. Aber die Sache ist, ist das nur bei meinem Haus, oder müssen wir das nur irgendwo anders testen? Ich würde sagen, äh... Test das bloß nirgends anders, Alter. Ähm, das ist am Aktenkommann. Du sagst es sogar noch. Ja, ich hätt mich halt nicht gejuckt, ich hätt's halt die ganze Zeit auf eins an. Warte, ich hol' gleich meine Sachen ab. Ich hol' gleich meine Sachen ab. Deine Items liegen ganz unten. Ja, ich weiß, ich hol' mir einen Water-Eimer und baue hier ein paar Leiter, dann passt das. Ui, oder so. So, hab' ich... Meine Schuhe sind down, das war klar. Also, ich hab' nichts aufgesammelt, weil mein Inventar voll ist. Liegt hier irgendwo nur ne Axt? Da. Ich will ja nix sagen, aber irgendwann mal kommt Lava. Wirklich? Na, ich hab' noch... Wasser-Eimer schnell! Ich hab' keinen Warte hier, ich hol' ein eben Watteslash. Meine Rüstung ist Wasser-Resistenz. Mia, guck mal, ich bin von alleine. Warum? Keine Ahnung. Wie viel bei? Ey, wir sind schon auf Höhe 20. So, Wasser-Eimer und... Ja komm, komm, komm noch, ey, gleich kommen noch, ey, hier noch die aus, ne? So, ich hab' jetzt 54 Leitern. Ich hoffe, das dürfte reichen. Ey, wir sind schon auf Höhe 20. Er leckt das? Ja. Ja, ja, minimal... Oh, 10 C. Du hast 10 T genommen? Ich hab' hier gar nix genommen. Dieser zieht mal 10 C. Bitte öffnen. Ähm. Ich kann mich nicht bewegen, es leckt. Ja, aber... Ah! Geil, meine Items sind weg. Jo, meine auch. Ja, das ist so... Ähm... Jo... Woher kommt das gesamte Cmc? Alter, Leute, er ist zu ruh, Kel. Was macht ihr von Quatsch da unten? Ja, 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 ich wurde gerade irgendwie kein Tegeset. Die exotiert gerade alles. Hier ist ein Reefersicher auf dem Server. Hä? Ich sag so. Meine Items sind weg, meine Items sind jetzt weg. Ja, meine auch. Also meine komplette, geilen, äh, entschannten Brute. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte nur so paar OP-Spitzzacken. Geil, zacken geil. Ja, ich habe jetzt gleich einen Server. Ja, mein gesamter Ke... Hä? Sei doch froh, du brauchst jetzt nicht mehr aussehen. Ja, klar. Ich wollte meinen Keller sowieso unten halt so höhlenmäßig aufbauen. Deswegen bin ich auch froh, dass jetzt 10 Tee war. Aber davon abgesehen habe ich jetzt erstmal eine riesenfette Lava. Zweitens hat vorhin auch jemand die ganze Zeit einen Creeper für mich totgeschlagen. Also ein Ghost. Ich glaube, hier ist wirklich ein Griefer auf dem Server. Hä? Ja, es kann aber nicht sein. Wir sind die einen... Dodo, kannst du mal irgendwie in der Konsole kurz überprüfen, ob das normal ist? Guck mal, wir sind Dodo, ich, Marie und Max und SWAT rasiert. Warte. Astro bis auf der OP hat. Ja, aber ich bin gerade im Ding. Ich gucke mich gerade ein bisschen zu. Deswegen... Also Astro hat OP? Du bist ein Spectator. Ja. Marker OP, das ist aber... Oh, hier unten ist so warm, dass ich hier mal gleich alles ausmacht. Aber in der Konsole wird uns alles angezeigt. Ja, genau. Oh, die Lava ist weggemacht worden. Ich hab die euch kurz weggemacht. Alter, was geht hier schief? Ich hab alles noch auf Aufnahme, ne? Oh, die ganzen ITEM! Ja, meine auch, aber... Habt ihr Screenshots von dem, von euren ITEMS? Ne. Äh, ich weiß, was alles auf... also ich hatte... Ich weiß auch, was ich drauf hatte. Ich hatte Reparatur, Haltbarkeit, drei Pickel. Chilt mal leider. Und ne Glück, zwei Effizienz, fünf Haltbarkeit, zwei Pickel, glaube ich. Und das Schwert und so war eigentlich relativ egal. Ja, das Schwert, ich hatte das nicht mehr vorgewiesen. Ja, ich hatte bei mir noch so ne komische Eisenpickel, die ist aber sowas von egal. Meine Axt hatte, glaube ich, ne Effizienz zwei, deswegen ist die auch relativ egal. Meine Schaufel hatte nur Haltbarkeit, also war die auch relativ egal. Das einzige, was ich dabei hatte, waren die zwei guten Pickel. Astro, kannst du's bitte zugeben, dass du uns grade scrollst? Ja. Ich glaube, das ist auch sehr stark. Ja. Astro gibt's einfach zu, dann sind wir wieder friedlich. Und da so ein paar Mal Newka gespammt hast. Was soll ich gespammt haben? Newka slash New... äh, slash Newka. Hä, das haben wir... hä, das gibt's gar nicht. Ich hab grad ein Buch und einen Fehler bekommen. Ich auch. Das hab ich euch grade gegeben, da wollte ich euch grade sagen. Schreibt mal da rein, was ihr verloren habt. Ach so, ähm, ach so. Dann kann ich euch das später wiedergeben. Kannst du mir die Aufnahme nachher schicken? Jo. Nice, danke. Dann haben wir hier schon mal einen Beweis. Und ein neues Video! Das dachte ich mir schon mal. Alles gut. Soll ich euch hier noch irgendwas zurücksetzen oder so, abgesehen von... Ach nein, was? Oh, hier ist ein überall Creeper, Junge. Deswegen fang ich grad an auszulechnen. Warte mal. Die Creeper sind nicht von mir. Jetzt ist... die Sache, ist das halt wirklich ein Prank oder nicht? Ja. Gut. Jetzt ist ein Prank. Ich wollte schon am Anfang sagen, aber ich dachte so, ne, lass mal. Da komm ich nur doof rüber, wenn du das sagst, ne? Ja, das ist es. Also eigentlich wusste du echt Bescheid. So mehr ab der Hälfte, ja. Ja, weil die ganze Wahrheit bei mir Ghost, deswegen hab ich mir schon gedacht, dass es einer es sein könnte, weil dieser Ghost halt macht halt nur Sinn und ihr war nur auf dem Server und die anderen haben ja keine OP. Aber ich wollte es halt nicht sagen, weil ich dann wie... Weiß... Ich weiß nicht. Ich hab leider vergessen aufzunehmen von Anfang an, das war ein bisschen schade. Ich hab immer so gedacht, jetzt ist eh gleich vorbei, jetzt brauchst du es gar nicht mehr aufnehmen, aber der Schluss war einfach schade. Leute, kurz zur Info am Anfang haben wir nämlich einfach die Items... oder es hat angefangen, wir hatten dann einen Kenner ausgebaut und ich hab dann immer eine Wand entfernt, immer eine Ebene weiter. Ja, ja. Und da ist er schon mal halber ausgeflippt und so, hey, hier verschwinden die ganzen Blöcke und irgendwann hat's halt der Showcraft-Fan auch gesehen. Und... Ey, ich fühl mich nicht verarscht vor, ne? Und, äh, ja... Genau, und irgendwann hab ich mir gedacht, jo, jetzt baut es den Boden aus, dann geh ich halt immer ein paar Ebenen weiter. Dann hat's angefangen mit zwei Ebenen, mit vier Ebenen, mit sechs und irgendwann immer noch Zehner-Schritte. Hä, aber wo hast du denn World-Edit oder nicht? Nein, Ingame-Commands. Ach so. Flash-Füllen, ne? Genau, und wenn ich dann noch einen Destroy-Tag dahinter packe, dann droppen die Alters und die das auch. Deswegen ist auch Kabel rausgekommen, kein Clean-Stone. Ja, ja. Haha. Geil. Ich muss sich überlegen, was ist denn meine zweite Picke noch einmal? Ich muss jetzt mal gucken, ob man irgendwie wieder World-Edit kriegt oder... Soll ich dir hier wieder was zumachen oder willst du das so lassen? Äh, ich will das so. Ähm, wenn es schon Frank war, dann behalte ich das Zeug auch noch so. Allerdings werde ich deine Steine und erhaltene Erze da durchwimmen. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Verbrennung es gibt, ne? Ich habe nur Kohle erhalten, das andere Zeug habe ich gar nicht gebrockt bekommen, irgendwie das war dann weg explodiert. Ich kann so in den Kisten schauen, da liegt. Ich kann dir gleich die Käste zeigen, die ich extra dafür passiert. Verbrennung, es geht bis Verbrennung 2, ne? Ja, mehr gibt's nicht. Ja, okay, da hab ich Verbrennung 2. Habt ihr noch irgendwelche Rüstung, die komplett kaputt ist? Was gab's, Schwungskraft 2 oder 3 nur? Weil ich weiß, ich hab... Es gibt auch 3. Ja. 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 .